Im Jahre 2018 zeigt sich sogar IWIKO mit dem Daily 4x4 auf der Abenteuer und Allrad in Bad Kissingen. Schön zu sehen, dass gerade diese Messeveranstaltung sogar aus Herstellersicht so interessant ist, sich hier den kritischen Augen des Endverbrauchers in Form der Fernreisenden zu stellen. Immerhin hat gerade der Fernreisende den gewichtigen Anspruch, dass ein fahrbarer Untersatz ihn zuerst zu den schönsten Flecken dieser Erdkugel, dann aber auch wieder zurückbringt. Dabei braucht sich gerade IWIKO in Form des Daily 4x4 keinesfalls zu verstecken. Der Daily 4x4 punktet mit einem phänomenalen Konzept, welches angefangen von der Gewichtsbasis, der robusten Achsengeometrie, einem bewährten und robusten Motor und dem einzigen Hersteller entspricht, der ein dreistufiges Untersetzungsgetriebe bietet, das in dieser Form eine lange und eine etwas kürzere Straßengangübersetzung bietet und damit 18 Vorwärtsgänge im Portfolio hat. Und das in dieser Form eine sehr kürzere Straßengangübersetzung ist,